Ah, okay. Man kann es ein wenig beschleunigen. Gut zu wissen. So. Dann wieder in den Tank. Sehr klar. Zack. Gutes. Und Bäm und Bäm. Oh, fuck. Oh, komm jetzt her. Total unlogisch, wie viel der ausgehalten hat. Na, egal. Äh. Oh, da kann noch mehr. Wo sie? Bleib mal bitte hier. Oh, das ist ein Vogel. Warum bleibt der einfach da? Man lässt mich das regeln. Na, egal. Jetzt aber. Boah, Wusi, du bist schon wieder so dumm, ne? Okay, weil, nein, das ist nicht der letzte gewesen. Irgendwo ist noch einer. Ach, da. Zack. In the car. Quick. Oh, ho, ho. We got more accompanies. You drive. I'll send them back to the shooter. You're short, Stash. So, ein bisschen beschleunigen. Oh. Ah, da hat man ein paar Knochen gehört. Ach, du Scheiße. Ja, dann bring ich noch jetzt um den Wusi. Oh, ey, Wusi, du bist so komisch drauf. Ey, ey, wap, wap. Ja, komm, treff schon. Oh, fuck. Da kommen die Bord. Nach rechts dürfen wir nicht schießen, ansonsten treffen wir Wusi, eventuell. Das ist mir schon mal passiert. Da hab ich kein zweites Mal Bock drauf. Oh, Wusi schießt auch einfach. Ich schieße mal irgendwo hin. Ah, danke. Brennt ja auch mal. Das sieht aus wie das letzte Mal. Danke, Carl. Du hast mich auszuprobiert, um sie alle selbst zu töten. Okay, wir gehen zurück zu meinem Platz. So, dann wären wir auch schon wieder. Hier, ein Token der Togs Appreciation für was du heute getan hast. Hey, Wusi, mein Mann. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu. Ram Fa Li. He heads the Red Gekko Tong on the West Coast. How you doing? How you doing? I left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. Oh, I can do that. Huh? 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 He is Triad? A mountain boy? No, he is Triad? No, a personal friend of mine and less likely to draw the attention of the Tanaan boys. Okay. Okay. Thanks for your support. Okay. Also, der neue Kollege ist auf jeden Fall nicht sehr gesprächig. Und schöne Autos gibt es auch nicht mehr. Ah, okay, da hinten ist neuer. So, nehmen wir uns das hier und wir müssen hin. Ähm, zum Flughafen, glaube ich. Okay, genau. Da müssen wir uns nämlich so einen Wagen packen und den dann mitnehmen oder so. Nein, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie so. Nur aus einer Tiefgarage von, äh, vom Flughafen. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Ey. Äh. Äh. Lalalala. Ja. Oh, fang. War knapp. Au. Okay, das ist auch schon wieder knapp. Ähm. So. Ich glaube, ich hol mir mal kurz einen neuen Wagen. Und zwar dieser, diesen Wagen hier. Der steht übrigens auch, wenn man jetzt bei der Fahrschule alles auf Silber hat, steht er da auch. Also, den kann man sich auch hier holen. Ganz easy. Braucht man nicht Silber holen. Das ist ganz schön, eigentlich. Das ist, wie ich finde, nicht so schnell, aber... Ja, passt. Schneller zieht die ganzen anderen Wagen. Zieht sie normal. So, wir waren auch schon fast wieder beim Flughafen. Ähm. Oh, fuck. So. Und dann... Nein, wir müssen nicht hier lang. Wir müssen nach unten. Oh, scheiße. Oh, fuck. Jetzt kann ich hier noch nicht mehr runter. Ah, okay. Doch. Runter geht immer. So. Nein, wir müssen... Nein, doch nicht, doch nicht. Passt alles. Genau. Ich dachte, wir müssen jetzt noch weiter runter. Aber nee, das ist schon gut so. Das ist ja ziemlich verwirrend, wenn man hier aber zum ersten Mal ist. So. Hol dir das Auto. Ah, okay. Da müssen wir was klauen. So, wenn man natürlich jetzt keine richtige Karte hat, sondern nur einen Standpunkt, wo das Auto steht. Und das müsste hier sein, genau. Das ist also ein ganz spezieller Wagen. Ganz tolles, ja. Auf jeden Fall. Ist auch ganz schnell. Bist du wissen. Manana. Oder so heiße. Und wir müssen den jetzt möglichst unbeschadet irgendwo hinbringen. Ähm, und zwar wo? Achso, da oben. Okay. Da ganz oben. Ja, so nicht. Nee, nee, so nicht, Leute. Also, ihr merkt schon, glaube ich, ist einer von der ganz schnellen Sorte. Aber können wir halt nichts machen. Klar komme ich weiter. Oh, fuck. Naja. Eigentlich ist dir nicht so schwer. Bestimmt verkacke ich wieder, aber... Eigentlich ist dir nicht so schwer. Also, kann man eigentlich nicht behaupten. Oh, man, ey. Hallo. Geh runter von mir. Okay. Ja. Dann wäre ein bisschen schneller der Wagen. Dann wäre es eigentlich auch ein bisschen besser. Wo sind die? Sind die ins Wasser gefallen, oder was? Oh, man. Ich glaube, die sind echt ins Wasser gefallen. Naja, gut. So, umso besser. Ich weiß nicht. Ich habe es nicht gesehen. Auf einmal waren sie weg. Kann sein, dass wir einfach nur einmal kurz angreifen. Weiß nicht mehr. So, aber so viel Schaden haben wir ja auch noch nicht. Passt ja noch alles. Aber dauert ein bisschen mit dem Wagen. Ich... Ja, ich glaube, ich spule das vor. Wir sehen uns gleich da hinten wieder. Wir sehen uns gleich da.